Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GigantenFantum. Es geht los. Es trudeln nach und nach neue Masters-Figuren bei mir hier ein. Und die möchte ich euch in den nächsten Tagen nach und nach vorstellen. Ja, jetzt habe ich heute die allererste Master-Verse-Figur der Wave 11 erhalten, obwohl ich gehofft habe, dass ich nun endlich die zwei Cartoon-Collection-Figuren der Origins bekommen würde. Weil ich dachte, die wären angekündigt. Aber wenn ich Glück habe, kommen sie heute an und ich werde sie euch dann natürlich reviewen. Aber diese Figur, die ich jetzt bekommen habe, ist auch weniger uncool. Denn es handelt sich aus der Master-Verse-Reihe Revolution Skeletech. Ja, Skeletech ist eingetroffen und ich bin, ich muss sagen, ein wenig aufgeregt. Denn er hat endlich die schon längst angekündigte neue Umverpackung, die ich wirklich, das habe ich euch ja schon so oft gesagt, besser finde als die schon bekannte, alt ausgediente Verpackung. Ja, die sieht halt schicker aus. Ja, wesentlich schicker. Sie ist auch hier ein bisschen, sieht man das, ein wenig hier, ähm, wie nennt man das? Sie hat ein bisschen mehr Konturen, würde ich jetzt sagen. Und die Figur, die ich daraus vorstelle, die werden wir erst ganz genau am 25. Januar kennenlernen. Denn da startet die Netflix-Serie, die Nachfolge-Serie der Revolution, äh, Revelation-Serie der Masters, nämlich mit Revolution. Und da wird diese Figur Skeletech, ja, wird da eine wichtige Rolle spielen. Es ist eigentlich, wenn man genau nimmt, wieder mal eine Skeletor-Variante. Und die wollen wir uns natürlich jetzt gleich richtig schön anschauen. Aber vorher gucken wir uns mal die neue Verpackung ganz genau an. Ja, hier steht Skellgott mit der niegelnagelneuen Umverpackung vor uns. Ja, hier sieht man oberhalb der Verpackung schon das Masterverse-Logo. Oh, das ist wieder richtig mega genial, sogar mit den explodierenden Steinen, die nicht komplett rot sind, wie man sie von der Vintage-Verpackung her kennt, sondern hier in Grau gehalten ist. Ja, hier oben sieht man genauso wie bei der alten Verpackung der Hinweis, dass diese Figur 30 Gelenkpunkte hat. Anders wie bei der alten Umverpackung ist es, dass jetzt hier oberhalb bei der Verpackung zum Beispiel hier steht Netflix, Netflix Original Series, ja, dass diese Figur aus der originalen Netflix-Serie ist, dass diese Figur ab sechs Jahren aufwärts geeignet ist und dass Mattel sie hergestellt hat. Ja, und hier sieht man zwar, die Figur selber ist jetzt weniger mit einem großen Sichtfenster versehen, nein, aber dafür hat man jetzt noch hier ein großes zusätzliches Artwork vorne auf der Front. Hier unterhalb des Artworks sieht man nochmal einen Hinweis, aus welcher Toyline bzw. aus welcher Serie Skeletech entspricht und zwar ist es hier aus der Revolution-Serie, die ab dem 25. Januar bei Netflix verfügbar ist. Und hier unten an der Schräge jetzt steht hier Klein Skeletor, ja, müsste doch eigentlich Skeletech heißen, aber hier hat man sich wieder mal darauf beschränkt, einfach mal Skeletor draufzuschreiben. Ja, auch wenn er vielleicht jetzt vom Motherboard mit Elektrizität versaut worden ist. Ja, hier die Verpackung von der Seite, auch da ist es geblieben, dass immer ein cooles Artwork diese Verpackung seitlich verziert. Und hier das Artwork von der gegenüberliegenden Seite und da sieht man zwei Sachen. Zum einen Screech alias das Motherboard und Triclops als Priester. Ja, den kennt man schon seit der ersten Folge der Revelation-Serie. Auch hier wird es sehr wahrscheinlich bei den Revolution mit ihm weitergehen. Und hier die Verpackung von der Rückseite und da sieht man Skeletech ja in all seiner Pracht. Es ist, glaube ich, noch nicht mal ein Artwork. Hier ist einfach eine Toy-Fotografie genommen worden. Und was natürlich auch anders ist als bei den alten Masterverse-Umverpackungen. Man sieht hier zum Beispiel rechts, sieht man auch die Features dieser Figur als Bild zusammengefasst. Ja, hier unten noch eine kleine Korz-Biografie über Skeletech alias Skeletor. Und ja, da ein kleiner Hinweis darauf, dass der Skeletor mit dem Motherboard Technovirus infiziert ist. Ja, also Elektrizität ziert die Figur. Was ich richtig cool finde, ist hier dieses Icon. Ja, wie geil sieht hier Skeletech aus. Noch unheimlicher, als man ihn sowieso schon in Erinnerung hat. Hier unten sieht man Figuren der Masterverse Wave 11. Ja, von der Sorceress Tealer der Revolution-Serie über Man-at-Arms, Trapture und natürlich die heute vorzustellende Figur Skeletech. Also ich muss sagen, wirklich die Verpackung, auch das Artwork hier drauf, mega, mega cool. Auch hier vorne die zwei Priester, ja, es werden sehr wahrscheinlich Trapture und Triclop sein. Ja, die kennen wir, wie ich eben schon sagte, ja aus der Revelation-Serie. Und ich finde sie als Masterverse-Figur mit ihren Kunden richtig mega geil. Und jetzt hier Skeletech, wow. Hammer, Hammer, Artwork schon allein. Die Verpackung ist wirklich, ich finde sie wirklich wesentlich besser. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare reinposten. Wie findet ihr die Verpackung? Ich finde sie wirklich herrlich, herrlich, herrlich. Und ja, ja, da steckt Elektrizität drin. Ich bin gespannt, wie es da mit dem Skeletor da weitergeht. Ja, man hat ja in der letzten Folge ein wenig Einblick erhalten, ja, auch wenn es nur ganz kurz war. Aber ich gehe mal von aus, es wird auch richtig cool werden. Und das Motherboard alias Creed wird natürlich auch da eine große Rolle einnehmen. Mal nebenbei, das Motherboard hatte ich euch ja vor einigen Monaten reviewt. Ja, da könnt ihr gerne mal in die Review von mir reinschauen. Die werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Auch eine richtig tolle Figur, weil sie auch sehr großformatig ist. Und jetzt wollen wir ihn mal erstmal auspacken. Auch ein kleiner Unterschied ist es hier. Er hat nicht nur einen Klebestreifen, wie man es sonst von den alten Umverpackungen her kennt. Nein, er hat, oder diese Verpackung hat auch an den Seiten Klebestreifen, die man natürlich dann auftrennen muss. Das ist auch so eine kleine Änderung. Das heißt, die Verpackung geht ein wenig anders auf als bisher. Ich alter Fuchs. So, ja, guck mal, sieht man mal. So geht sie jetzt ab sofort aus. Auch hier schön das Masterverse-Logo, ja, so im klassischen Masters-of-the-Universe-Stil gehalten, ja. Wie ich auch sagte, die explodierenden Gesteine sind auch so angedeutet. Also, sie hat auch irgendwas Altbekanntes irgendwo, ne. Wir wollen auspacken. Ich bin jetzt wirklich nervös. Ach, zum ersten Mal. Nur mein erstes Mal war schöner. So, ausgepackt. Ja, so sieht es als erstes aus. Skeleton noch im Blister. Was ist hier? Ach, sein Krönchen ist mir schon entgegengefallen. Er trägt natürlich auch ein Krönchen. Kann man theoretisch auch so als Ring verwenden, wenn man natürlich nicht so dicke Wurstfinger hat wie ich. Ja, wollen wir uns nachher auch mal gucken, wer damit aussieht. Was ist noch mit dabei? Wenn man das hier rausnimmt, ist hier im Gegensatz zur grauen Gesteinswand, die sonst immer so als Hintergrund bei den Verpackungen dabei war, gibt es jetzt hier eine rote Umverpackung. Seht ihr das? Und hier ist noch ein kleiner Hinweis drauf. Zwei sogar. Was hier mit beigefügt ist. So, gucken wir uns das hier mal an. Ja, da sieht man zum einen hier natürlich die Figur Skeletech, aber dann auch, wie ich schon sagte, das Krönchen ist aufgeführt und eine Wechselhand sehe ich gerade. Und hier hinten drauf sieht man, ja, seine Waffe, was immer das mag, werden wir natürlich gleich auch rausfinden. Und die ist ja wahrscheinlich hier drin versteckt. Die Waffe ist nämlich hier auch hier so, für die separate Waffe ist natürlich hier auch ein kleiner Platz geschaffen worden. Moment, Moment, erst mal ist die Wechselhand in so ein Seidenpapier gefasst. Moment, wollen wir natürlich befreien. Moment, Moment, das haben Sie natürlich jetzt hier, wir sparen ja der Umwelt zuliebe ja ein bisschen Papier. Hier, liebes Mattel, da wurde wieder mal ein bisschen unnötig Papier verschwendet. Hier ist diese Wechselhand in Faustform ist mit dabei. Wo ist denn, ach, die Waffe hatte dabei. Jetzt muss man sich mal überlegen, ups, jetzt bin ich dran gekommen, sorry. Jetzt muss man sich mal überlegen, für diese kleine, mickrige Faust, extra Faust, hat Mattel hier, schaut euch mal das an, warum wurde hier noch ein extra separates Fach, wurde hier kreiert für diese Verpackung, nur um diese kleine Faust reinzutun. Man ist da ein bisschen sprachlos, ne. Naja, trotzdem sieht es so aus, ne, bisschen schwarz-rot gehalten. So, da wollen wir mal gucken, ob hier die Gummistrapse wieder mit dabei sind. Natürlich, Mattel hält da wenigstens an alte Traditionen fest. Die Figur wurde hier wieder mit kleinen Gummis fixiert. Ja, warum auch immer. Ich werde ja auch nie zu müde, das mal zu monieren, jedes Mal. So, das, 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 das war auch schon ab. So, jetzt könnte man sie theoretisch wieder rausholen. Da holen wir mal die Skeletor-Variante, die x-te Masterverse Skeletor-Variante mal raus. Okay, Moment. So. Die müsste nachher wieder gut reinzutun sein, ich hoffe mal, ja. So, das mal zur Seite. Ja, dann holen wir mal. Ja, cool, erstmal, das ist schon auffällig. Ja, wir hatten natürlich hier so kleine Vogelbeinchen, ja. Ja, das lässt natürlich darauf schließen, dass Squeech seine Hände mit im Spiel hat. So. Stand, wieder mal, wir wollen auch da an Traditionen festhalten. Der Stand ist sofort genial. Und ich gucke mir kurz mal die Figur an. Ja. Die sieht richtig cool aus, richtig cool. Das ist eine coole Skeletor-Variante, ja. Muss ich schon jetzt lassen. Die sieht richtig, richtig toll aus. Auch wenn sie natürlich ein wenig experimentell ist, ja. Ein wenig gewöhnungsbedürftig, schon alleine mit hier, mit diesen Vogelfüßchen, ja. Ist natürlich, das gab es bisher noch gar nicht. Klar, gab es noch nicht. Auch diese Bemalung, wie geil ist das? Das ist hier wirklich sehr schön metallisch gehalten. Klar, hat er natürlich ein bisschen Blauanteil, beziehungsweise das ist hier lila. Klar, hat ein bisschen was von Skeletor, aber natürlich auch vom Motherboard hier die Farbe lila. Auch hier vorne, was soll das sein? Ein Monitor. Hat ein bisschen was von dem Bullauge von Captain Future. Nur, dass das Bullauge bei Captain Future auf der Brust war. Und in Blau hier ist es am Bauch grün gehalten. Sehr, sehr experimentell. Wie geil ist das denn? Das ist ja schon mal eine geile Figur. Auch der Arm. Schaut euch mal hier den Arm an. Was ist das? Geht direkt nahtlos über mit einer Waffe. Und hier vorne, das ist ja so ein mutierter Widerstab von ihm, weil hier vorne der Kopf erinnert sehr stark an seinen Widerstab. Diesmal geht er aber in seinem Arm über mit hier irgendwie eine Rakete, ist das eine Rakete oben drauf? Herrlich, 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 herrlich. Jetzt kommt es natürlich, wenn ihr euch das Video nach dem 25. Januar 2024 anschaut, wenn die Serie schon bei Netflix online ist, die Revolution Serie, werdet ihr schon wissen oder wir werden dann wissen, was ist genau der Skeletech? Ja, wie ist Skeletech? Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja, er ist nur hier, wie gesagt, vom Motherboard mit seinem Techno-Strom ist er infiziert. Das weiß ich. Mehr weiß ich aber nicht. Jetzt deswegen kann ich jetzt nicht so viel über die Figur sagen, nur dass sie wahnsinnig cool aussieht. Also da ist schon mal für mich hier mit dem Start der ersten Figur, der Wave 11, schon mal eine coole Figur hier eingetroffen. Die anderen mal nebenbei stecken noch in den USA fest. Heißt, da warte ich schon seit ein paar Tagen, ist da keine Fortbewegung, weil die kommen auch noch. Der Rest der Wave 11. Wie gesagt, ich warte jetzt noch sehnsüchtig, weil ich dachte wirklich, heute kommt, beziehungsweise wenn ihr das Video sieht, gestern, dachte ich, dann kommen denn die Origins Cartoon Collection. Ja, He-Man und Beast-Man. Ja, weil die stehen auch schon schlachtbereit. Die müssten heute, am Mittwoch, müssten sie heute bei mir eintreffen. Ich hoffe mal. Ja, auf jeden Fall in den nächsten Tagen werde ich auch diese noch bei den Origins Giganten ausführlich reviewen. Aber jetzt hier als Start schon mal. Mega cool. Das Gesicht hier mit seiner Kapuze, die noch zur Hälfte über dem Gesicht gezogen ist. Und auch sein Blick hier, unnachahmlich düster und cool. Die Figur ist wirklich mega, mega cool. Die Farbgebung, Hammer. Der Arm, ich bin so vom Arm fasziniert. Ja, dieser Arm, der wirklich hier mutiert zu seinem Widderstab. Ja, ist ein Widder vorne. Und das Widder kann man auch hier, kann man auch noch, sieht ihr das? Das Maul kann man auch auf und zu machen. Man kann also jemanden nochmal fixieren mit dem Maul. Wie geil ist das? Also da muss man sagen, eine sehr kreative Figur. Auch hier sein Mäntelchen. Ich vermute mal, das Mäntelchen kann man auch bestimmt abnehmen. Falls jemand sagt, das Mäntelchen, das ist nicht so cool dabei, kann man das abnehmen? Könnte man auch abnehmen oder kann man es nicht abnehmen? Kann man nicht abnehmen, glaube ich, weil ich möchte jetzt hier nichts kaputt machen. Könnt ihr mir auch mal unten reinposten. Kann man hier seinen Rock, ja, seinen Morgenrock, kann man diesen abnehmen? Also ich glaube hier nicht, ne? Naja, egal. Sieht trotzdem cool aus. Auch wie gesagt, die Füße, alles in Metall gehalten. Der ist ein Hingucker. Auch hier seine Hand. Die natürlich deswegen auch hier die Wechselhand dabei, beziehungsweise Wechselfaust. Man kann auch die Faust, die er ihm geben. Dann ballt er die Faust zum Kampf, zum Sieg. Auch hier hinten. Wie geil. Ich bin wirklich gerade und das meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist jetzt nicht, weil ich jetzt hier alles cool finde bei den Masters. Ja, da gibt es auch viele Sachen, die finde ich nicht cool. Das sage ich euch ja immer in meinen Reviews. Aber diese Figur, diese Skeletor-Variante ist wirklich atemberaubend. Mal was anderes. Und anders muss nicht immer schlecht sein. Das ist hier wirklich Coolness. Das ist Coolness. Wie geil. Da muss ich erst mal aus der Skeletor-Taste trinken. Den Skeletor müssen wir mal ganz kurz auf uns wirken lassen, weil diese Figur, ich kann es gar nicht oft genug sagen, spektakulär ist. Ja, cool. Auch hier oben auf seinen Oberarm. Schaut euch mal hier diesen Oberarm-Schutz von seiner Rüstung an. Er hat hier auch Dawn, oder? Guck mal hier oben. Wie geil ist das? Ich habe ein wenig länger gewartet, die Wave 11 zu bestellen. Denn normalerweise, das fand ich diesmal ein bisschen komisch, denn normalerweise hat Smith Toys die Master-Verse-Figuren sehr schnell hier in Deutschland verfügbar. So war es mit der Wave 11, mit der Wave 10, hier mit der 9, mit der Wave 9, mit der Wave 10 war das so, mit der Wave 11. Bis jetzt zum Stand der Aufzeichnung dieses Videos ist davon noch nichts zu sehen. Deswegen hatte ich sie mir vor knapp 10, 11 Tagen, nachdem ich gesehen habe, dass der Big Bad Toy Store diese verfügbar hatte, habe ich es mir da bestellt. Ja, finde ich schade eigentlich. Da denkt man so, Smith bringt die sehr schnell rüber, weil meistens waren die Master-Verse-Figuren schneller da als die Origins, aber diesmal gar nichts. Auch von den Origins, von den Cartoon-Collections nichts zu sehen. Mal nebenbei, was haltet ihr von der Neuigkeit, die gestern am Dienstag publik gemacht worden ist, dass Amazon in Verhandlungen mit Mattel steht für den neuen, längst fälligen Realfilm der Masters. Sollen wir dieses noch kommentieren? Sollen wir daran noch glauben? Es wird immer schwerer. Wir wurden in den letzten Jahren so oft enttäuscht, dann sollte der Realfilm kommen und er kam wieder mal nicht. Zuletzt sollte er ja statt als Kinopremiere nur bei Netflix stattfinden, aber dann doch nichts. Es wurden über 30 Millionen US-Dollar in den Sand gesetzt von Mattel und von Netflix. Und jetzt das neueste Gerücht, Amazon hat daran Interesse. Ich weiß es nicht. Ihr könnt auch mal da gerne reinposten. Glaubt ihr noch jetzt daran, dass es kommt? So, er hat ja auch noch nicht nur neben der Wechselhand, hat er ja auch noch ein Krönchen mit dabei. So ein Queen Marlena Gedenkkrönchen hat er. Man kann es vorne draufsetzen und dann wirkt er wirklich ein bisschen königlich. Gucken wir mal, wie kann man die draufsetzen, dass es ordentlich wirkt. So, wie haben die das gemacht? Ich muss gucken, wie die das gemacht haben hier, damit das nicht so. Okay, gut so. So, so hat er das Krönchen auf. Jedes Krönchen gibt es ein Tönchen. Ja, die Krone, ja, wirkt irgendwie blöd. Gefällt mir eigentlich nicht. Aber auch die wird bestimmt eine Bewandtnis haben. Wie gesagt, das sehen wir denn im Januar bei der Revolution Serie. Aber so finde ich sie jetzt nicht vonnöten. Naja, sie kann man machen, kann man auch sein lassen. Ja, ich finde die Figur, ich kann es abschließend sagen, mir gefällt die Figur richtig gut. Sie lohnt sich. Das ist eine klare Kaufempfehlung von mir. Also, ganz ehrlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Figur euch zu beschaffen, holt sie euch auf alle Fälle. Weil das ist eine richtig coole Skeletor-Version. Ja, Skeletech. Natürlich kann man den Kopf, natürlich kann man den auch bestimmt abnehmen. Kennen wir ja. Klaro, das wollte ich auch nochmal zeigen. Auch das haben sie natürlich beibehalten. Schöne Farbgebung. Auch Füße sind richtig cool. Das sind so meine Highlights. Und hier der Waffenarm in Form eines Widders. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Mir gefällt der richtig gut. Auch hier unten, wie gesagt, das Bullauge. Bin ich mal gespannt, welch Bewandtnis dieses Bullauge denn in der Serie hat. Wie gesagt, postet mir unten in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Figur? Seid ihr auch so begeistert wie ich? Und was haltet ihr davon, dass Amazon Interesse an der Realverfilmung der Masters hat? Man ist ja so sprachlos. Also man sieht ja eigentlich, eine Realverfilmung von Mattel-Produkten, zuletzt wie beim Barbie-Film gesehen, könnte funktionieren. Also Barbie-The-Movie-Film hat auf alle Fälle dieses vorgemacht. Und woran scheitert es denn nun bei den Masters? Woran scheitert es? Ist Mattel nicht davon überzeugt? Weil bei Barbie-The-Movie scheint ja, dass Mattel nicht von Anfang an an den Film geglaubt hat. Denn, das habe ich euch auch bei meiner Review zum Barbie-Film gesagt, denn hätten sie nämlich im Vorfeld auch einen Nachfolgevertrag gemacht, sofort bei Vertragsabschluss mit den Hauptdarstellern. Denn diese haben nicht, wie es normalerweise in Hollywood so üblich ist, haben nicht in eine Klausel gehabt, dass sie verpflichtet, auch bei einer Fortsetzung dabei zu sein. Und hier bei den Masters scheint auch daran zu liegen, dass Mattel gar nicht daran glaubt. Sonst hätten sie diesen Film ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, schon seit über 20 Jahren, hätten sie ihn schon auf den Markt gebracht. Nur jetzt glaube ich, jetzt wäre die Stunde der Gunst, mal einen Realfilm der Masters auf den Markt zu bringen. Denn da würden die Figuren natürlich hervorragend reinpassen und es würden, glaube ich, auch die Figuren dann besser verkauft werden, also die Origins-Figuren und auch die Master-Verse-Figuren, als jetzt. Naja, gut. Damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Giganten Phantom. Ich melde mich sehr wahrscheinlich zügig wieder mit anderen Videos zurück. Wie gesagt, es kommen noch die restlichen Master-Verse-Figuren aus der BF11 und natürlich auch die zwei Cartoon-Collection-Figuren He-Man und Beast-Man von den Origins. Also in den nächsten Tagen werdet ihr noch einige Videos hier auf meinem Kanal vorfinden. Bis dahin habt auf alle Fälle eine schöne Zeit, bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss! Zitat Zitat Vielen Dank.